hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer neuen weiteren folge portal 2 mit dem party blöks wir spielen the order of things 08 und die ach du scheiße okay hier kann man schon mal was machen ich verbrannt ok jetzt geht das band an müssen aber wahrscheinlich gar nichts machen ja was passiert wenn ich hier doch immer weg da was jetzt passiert du musst das glaube ich ja du musst es in dem moment ach so ja ich verstehe umbauen ok 321 spring aber hier oben kann ich nichts machen aber du kannst von da oben doch durchschießen oder hier ja ich habe hier einen knopf eine weiße fläche noch hier ja so was passiert da draußen oh timer zeit ding war nicht gesehen für was es ist dreieck warte mal wo ist das dreieck hier janik muss dann durchgehen nee oder doch geht du mal durch drücken auf den knopf ja ich drücke jetzt da fehlt immer noch was da müssen noch einige sein also noch eins muss mindestens aktiviert werden ok komm mal wieder hier raus ne wir können ja immer wieder darum ja genau ah hier kann ich die speed geben oder du mir ja ja kann man hier oben da oben ist ein knopf alles klar immer hier rein ich schicke dich mal durch einfach nur um zu sehen was da oben ist was was sinkt nena warte andere seite ja 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 kann ich ja ich habe jetzt ein portal da ist aber das verschwindet ja sofort wieder ja okay warte du musst direkt unter dich dann noch ballern ja warte ich muss erst mal das andere ding noch mal suchen wo ist denn da so muss ich weiterhin gucken jawohl hast du ein knopf ah scheiße ich kann nochmal drücken ok ich bin durch ok also kann ich hier raus gehen ne ja ok alles klar so wo bist du da da bist du durch gegangen ok jetzt habe ich was aktiviert ja auch auf zeit ist verschwunden welche barriere ah ja ich kann mich dann durch teleportieren oder ja kann zu dir kommen ok ok aber es bringt uns ja rein gar nichts ne hm das weiß ich noch nicht alter ich muss da irgendwie wieder raus kommen jetzt nein aber ich komme definitiv nicht zurück ach so jetzt so wir kommen beide nicht mehr zurück oder doch außer du schießt dein blaues unten hin das hier müssen wir aktivieren indem wir irgendwie den laser hier drauf ne warte mal ach du heiland ey zack 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 gibt es hier noch einen knopf ne oh warte mal guck mal hier oben der strich von da hinten wo ich war kommt auch hier oben an das blaue ok also müssen wir nochmal rein richtig ja ok dann gib mir nochmal den boost ich bin drinnen ich bin drinnen alles gut ja also was ging da jetzt auf warte der blaue das links über dir also über dir direkt das ja das schild müsste weg gehen ja das ist noch weggegangen sehr gut ah ich verstehe ich verstehe was denn aber ich brauche dafür geschwindigkeit dann kann ich mich hoch boosten und kann da rein laufen weißt du ah ok und da kann ich einen knopf drücken und dann kommt ein cube raus scheinbar ok dann müssen wir nochmal zurück wir müssen das ganze ding nochmal machen ja ich versuche gerade rüber zu kommen ach shit alter lass mich da raus das ist voll verwirrend so du kannst dich schießen ne ich muss erstmal drücken ich kann doch nicht reinschießen jetzt kannst du reinschießen ne ja hier geht er durch nein ok alles klar ich gebe dir nochmal den boost ich gebe dir den boost dann musst du wohin dann bin ich wieder hier oben um auf den knopf zu drücken damit du wieder reingehen kannst und hier oben die barriere öffnen kannst und ich bleib weiterhin in dem sprung drinnen in dem ich vorher war achso und dann ja ok ich verstehe ich verstehe ich hab's gerafft ab geht's ok 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 jetzt muss ich mich nochmal neu ausrichten mhm so ist richtig ja ok warte oh nein doch es ist du bist nicht mehr im sprung ich bin nicht mehr im sprung warte 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 versuch mal hier rein zu springen never geht nicht ne oder doch ha klappt jetzt musst du nur noch dein dunkelblaues unter dir setzen ja stimmt warte Aua schon wieder nicht getroffen gibt's ja nicht mach nochmal aha äh mal dunkelblaues unter mir setzen ne ja drauf ist gedrückt geiße nein ich bin tot ich hab voll nicht drauf reagiert bleib doch mal da oben drauf mich verhaschen das reicht aber auch wenn du in dein dunkelblaues reinspringst von da aus ne ich muss ja nichts mehr machen ja warte mal ich will das mal auch wenn das hier nämlich so schräg ist da unten will ich das auch mal schräg setzen vielleicht geht's dann besser ja lass mich nochmal da reinspringen spring nein nein spring doch reicht doch ach so stimmt haha ist gedrückt ja bin drinne gut bist immer noch im sprung warte warte ich muss mich ausrichten ja warte mal welches musst du denn setzen das hellblaue ne das dunkelblaue oder ne oder ne äh ich muss hier setzen so das hellblaue jetzt hab's aktiv ja bin drin ok jetzt muss ich ah da ist ein cube rausgekommen ja und hier das ding ist aufgegangen das hier bleibt aktiv das hier sehr schön ja hier ist es auch aufgegangen hier wo ich vorher drinne war ok wenn wir das hier machen so wo müssen wir den laser her holen der muss von draußen aber jetzt muss ich irgendwie das ding hier oben das da deaktivieren das kann ich aber von hier aus nicht deaktivieren weil sonst kriegen wir den laser ja gar nicht also das ding den cube hier gar nicht raus das heißt ja warte mal ich will mal was ausprobieren bleib mal da ja bin hier ah ne scheiße ich kann das ja gar nicht da hinschließen ich kann hier gar kein portal setzen ja wenn ich draußen bin jo und wenn da wenn wir das ding rausnehmen verschwendet ist dann kommt ein neues ja richtig ja ja genau ok das hier ist auf jeden fall deaktiviert war dieser gang die ganze zeit schon offen ach scheiße ja der ist da aufgegangen damit ich wieder raus kann ok hier das öffnet sich noch aber erst mit dem laser ja genau das heißt lass uns mal den laser hier den laser hier den brauchen wir jetzt erstmal da nicht ja ich verstehe ich verstehe ok da öffnet sich was das bringt uns aber jetzt rein gar nichts gerade nein überhaupt nichts ups aua gibt es denn hier was hier weiß ich noch gar nicht wenn ich hier mich hoch katapulantieren das werde ich wahrscheinlich zerstört werden nehme ich jetzt mal aha was was au aber dafür müssen die deaktiviert sein ja aua ja ich bin auf das sprungpad gekommen klatschst du an die wand ja aber was bringt denn das sprungpad was keine ahnung du kommst ja nicht an das weiße dran ah du kommst dann in den laser in diesen ding strahl rein ah ja natürlich ganz klar sicher so so was machen wir jetzt als nächstes da waren wir ja da können wir nichts machen wir können nur das ding deaktivieren damit das dass die kugel da runter fällt also der der dings da runter fällt und hier die wand aktiviert wird also ich schwöre dir wir müssen hier dran und da irgendwie was hinsetzen weißt du was ich mein ja was ist das hier wir müssen definitiv als nächstes was hier drüben machen denke ich wo du jetzt bist ja warte mal was passiert mach das mal weg den hier rein setze einer von den dingern ist aktiv jetzt müssen wir aber noch den laser da oben dran hauen weil das das häkchen ist jetzt angegangen ja und wenn der runter fällt dann ist der da aktiviert genau und da müssen wir jetzt auch noch den laser hinbringen das heißt für uns eigentlich wir müssen den laser da rüber ballern und dann scheiße wir haben da keinen zweiten cube nee ma ich dachte ich hätte jetzt die lösung wir können auch nichts hier rüber schicken solange die laser da oben aktiviert sind kannst du von da aus den laser irgendwie an eine wand ne kannst du nicht weil du mir die nicht wieder zurück schicken kannst können wir erstens nicht zurück schicken und zweitens ist hier keine waagerechte wand außer die oben aber an die oben kommen wir nicht dran senkrechte wand ja senkrechte wand war nicht ja ok ja 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 ähm ähm äh was hat denn das ach das hat das ding hier oben umgedreht genau genau aua ähm ähm was war denn nochmal hier oben drin lass uns nochmal da oben reingehen und das mit dem was war das hier nochmal so wird das ding da oben aktiviert ok dann spring hoch ok sorry oh das war aber knappi ja so jetzt lass ich dich hier oben rein so hier ist ein knopf mit einem dreieck und noch so ein portal möglichkeit ähm und das dreieck war auf der anderen seite richtig genau das war irgendwo das dreieck geh du mal durch ich bleib mal hier oben ja warte mal du solltest durchgehen weil ich hier die portale gesetzt habe sonst kommst du nicht mehr raus naja stimmt siehst du das dreieck bei mir guck mal bei mir warte wie macht man das nochmal tab äh tab ja gut kriegst dir mal ein du musst es dir ein prägen ja falls ich es übersehe weißt du ja ne da ist das dreieck nicht ja ich will nochmal trotzdem hier reinschauen vielleicht hat sich irgendwas verändert was es aber nicht gemacht hat mhm das dreieck war hier genau diese wand da muss aber auch der laser hier hin na ok warte mal lass mich mal drücken ich will mal gucken was passiert ja mach mal es zählt die zeit runter mehr passiert nicht voll voll drück nochmal hm warte mal ich nicht leicht Aber das ist ja gar nicht schwer, wenn das nicht so leicht ist. Alter, warum fliege ich hier so krumm? Warte ich nicht. Aber was willst du machen? Was willst du denn da machen? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich versuche nur nochmal da hochzukommen. Alter! Oh du Scheißding. Kannst du auch das mittlere Ding nehmen. Ja. Alter! Ich bin so hart confused gerade. Ich bin viel zu schnell, ich treff's nicht. Hä? Hä? Ich kann da drauf gar nicht schießen. Irgendwie schaffe ich das nicht. Entweder zu dumm dafür oder es geht einfach nicht. Ähm, ja. Vielleicht müssen wir dieses Ding noch aktivieren. Das Problem ist, wo willst du mich hinschicken? Dich nicht, aber vielleicht diesen... Ich meine die Cubes können wir auch nicht rausholen, weil die Laser da im Weg sind, ne? Die Laser zerstören die Cubes ja auch. Richtig. Hm. Ähm. Warte mal, warte mal, warte mal. Scheiße, ich krieg ja den Laser gar nicht gebündelt. Doch. Aber wir kriegen... Warte mal. Hm. Wir müssen... Warte mal, wir müssen hier hinten... Jetzt lass mich mal. So. Ist das sehr aktiv, ne? Ja. Wir müssen den Laser hier aktivieren, dass uns hier der Strahl rauskommt. Dann müssen wir den Strahl... Der hier in der Mitte oder was? Welchen meinst du? Nein, 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 den da. Den, den du gerade eben anhattest. Ja. Dann müssen wir irgendwie versuchen, diesen Strahl auf dieses Ding hier zu kriegen. Also das hier. Damit der uns hier rausfährt, damit wir hier hinten, das ist nämlich ganz raffiniert, diese Schalter aktivieren können. Zumindest einen davon. Ja. Das Problem ist, die Laser sind aktiv. Was? Wir können aber nur den Laser und den Laser hier ausschalten. Mehr nicht. Ja. Komischerweise, weil die anderen haben kein Zeichen. Bisher können wir überhaupt gar keinen Laser ausschalten. Hm. Welches Zeichen ist das da? Ich habe das bisher nirgendwo gesehen. Das da oben und das da von dem. Ja. Gleich haben wir irgendwas übersehen, wo wir hin können. Glaube ich nicht. Aber wie kriegen wir hier hinten den Laser hin? Wir brauchen ja unglaublich viele Cubes. Ja. Und warte mal, was hat es denn damit auf sich? Mit diesem komischen... Aua. Vielleicht um Geschwindigkeit aufzubauen für irgendwas? Ich weiß, du kommst ja hier da rein, wo dieser... Ja. ... dann nach oben gehen wird. Wo wir auf die nächste Ebene kommen. Wahrscheinlich zum Finish, nehme ich jetzt mal an. Ja. Boah. Die ist heavy, Alter. Die ist echt heavy. Die ist echt heavy. Was hat dieser Punkt hier zu bedeuten? Der hier auf dem Boden geklatscht ist. Der hier. Weil der ist auch hier. Und hier landen wir im Endeffekt... Das... Das... Das ist nur, um zu verdeutlichen, dass hier was über Kreuz geht, glaube ich, oder? Nein. Oder? Doch. Das hier, die sich eigentlich im gleichen Block kreuzen würden... Bleibt mal kurz da stehen. Ich will mal was gucken. Ja. Geh mal nur einen Schritt an die Seite. Und jetzt achte mal drauf. Zack. Das ist der Punkt, wo ich lande. Aber hier landest du ja nicht da. Du hast ja keinen Katapult, was das ermöglicht. Du kommst da nicht dran. Und wenn kommst du hier nicht raus? Hä? Geh mal da durch. Vielleicht findest du ja da oben irgendwas Schönes. Nein! Keine Ahnung, Alter. Hm. Ich würde gerne hier da hoch und den Knopf drücken. Ja, aber wir können uns da nicht hoch teleportieren, komischerweise. Wie denn auch, weißt du? Ja. Das stimmt. Haben wir einen rechten Denkfehler vielleicht. Also du kannst ja von hier außen, ne? Mhm. Hm? Wenn du hier oben stehst, schick mich nochmal da hoch. Nein! Hä? Wo ist denn mein erstes Portal denn? Ich muss nochmal hoch. Du hast zweimal den dunkelblauen gesetzt. Echt? Ja. Wenn ich hier hinten bin, ne? Ja. Kann ich ja hier hinten im Portal sitzen. Oh! Oh, yes! Äh, warte. Wie hilft uns das? Warte. Ist da rechts neben dir nicht noch ein Portal? Kann hier noch ein Portal setzen, ja? Genau. Dann setz mir mal wieder das hellblaue hier hin. Ah, ich verstehe. Man kann ja durch die Laser durchschießen. Genau, hier. Rote gegenüber an die Wand. Äh, das rote sag ich schon. So. Ja, eigentlich dahin. Ah ne, hier kann ich nicht durchschießen. Ähm, drei Dinger weiter. Ja. Ist das gegenüber jetzt? Von was? Von dem roten von mir? So ungefähr. So ungefähr. Ja. Jetzt müssen wir... Äh... Jetzt muss ich wieder runter, glaube ich. Musst du den Cube mitnehmen? Nee, weil ich muss ja den Laser von hier aus... jetzt irgendwie... dahin schicken. Ah. Ja. Oh, warte mal. Alter. Sorry. Okay. Hä? Ja, du musst dein Gelbes noch umsetzen. Mach mal eh hoch. So. Das passt doch nicht ganz. Nein, du musst das Gelbe in die Mitte setzen hier. Nee, Quatsch. Krigger Bananenschwachsinn. Ähm. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab nen Plan. Trifft das? Warte mal. Nee, geh mal weg da. Ach so. Ich hab ne viel leichtere Idee. Was denn? Aua! Noch ein Stück? Darf'n wir? Jetzt! Jo! Und wir kommen hier jetzt raus, du Witzbold. Ja, wenn... Ja, gut. Was meinst du auf mich, dass ich das so versucht hab? Warte mal. Okay. Setz dein Dunkelblaues wieder da an die Wand. Aua! Ja, ja, find ich auch. Jo, ist aktiv. So, und jetzt? Muss der Cube hier hin. Hahaha. Nicht dein Ernst. Sonst geht das Ding nicht runter. Ohhhh. Äh. 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 Gott, äh. 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 Was machen wir denn falsch? Ja. Ja, jetzt haben wir den Partyblicks kaputt gemacht. Warum? Weil du die ganze Zeit nur rumbollerst. Ja. Äh. Äh. Komm auch mal da raus. Da hoch zu kommen ist ja einfach. Lass mich mal kurz da hoch fliegen. Wo hoch fliegen? Da hoch. Ja. Ja. Passiert aber nichts. Scheiße. Das musst du selber sagen. Errungenschaft freigeschaltet. Vier auf einen Streich. Was für vier? Stand hier gerade. Ich hab das freigeschaltet. Ja, ja, die hab ich auch. Ich hab nur versucht einen anderen Blickwinkel zu sehen. Aber. Oh, ich hab nen Plan. Ich hab nen neuen Plan. Was denn? Was denn? Wir müssen das hier machen. Wir können doch hier einen Schalter drücken, ne? Welchen? Hier. Da oben den Dreieckschalter. Hä? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Guck mal. Wenn wir von da den Laser... Wir kriegen den... Doch, den kriegen wir auch an die Decke, ne? Was? Ja. Ja. Dann geht das hier auf. Wenn wir den Laser dann... Ne, wir können gar nicht an die Decke schießen. Sicher? Ja? Ja. Ja. Lass mich mal da durch. Nochmal nach da oben. Du siehst die Decke nicht mehr. Guck mal. Ja, ich weiß. Ich seh die von hier aus nicht. Das ist richtig. Ahhhh. Alter. Wie dumm sind wir eigentlich? Ja, jetzt lass mich da eigentlich hoch. Wir können doch durch mein Portal da rüber gehen. Ja, eben. Deswegen ja. Oh, ich war zu langsam. Entschuldigung. Wir sind solche Nubbels, Alter. Ja, ne? Ja, ne? Oh, man ey. Ich bin drüüüüüüüben. Doch nicht. Ey, jetzt brauchen wir aber... Wir brauchen aber den Laser. Ja, I know. Deswegen geh ich jetzt runter. Aua! Ich hab den Laser drüben. So, jetzt bin ich auch drüben. Drück den Knopf. Okay. Aua! Ich hab ihn gedrückt! Und, was passiert? Ich hab nen Cube gekriegt. Das ist doch gut! Oder? Ist das gut? Hm, ich weiß nicht. So, den Laser brauchen wir jetzt nicht mehr hier. Nicht mehr hier unten. Gut. Oh! Oh! Du kannst den Laser zurückschicken. Ja! Ja? Warte! Hä? Ah! Ja? Ja, jetzt muss nur noch der Cube da liegen. Aber, wir müssen das anders machen. Warte mal. Lass mich mal gerade überlegen. Wir müssen diesen Cube noch mit dabei nutzen. Und den können wir auch noch nutzen. Aber, wie? Und zwar machen wir das... Das muss ja da oben... Alter, ich hab da so ne Idee. Was denn? Das muss doch nur ganz kurz halten, ne? Die Verbindung. Nein, die muss... Ja, ganz Millisekunde, ja. Der Cube, der Cube, ne? Ja. Muss ja da drauf. Ja. So. Wie schaffen wir das jetzt, dass wir den Laser, der da oben ist, so ungefähr da oben, ich weiß nicht wo ich ihn gezeigt habe. Ja, 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 ja. Mit dem Cube da dran werfen können. Indem du mit dem Dings hochspringst. Mit dem was? Ja, mit dem Hochbooster. Mit dem hier? Ja. Was mach ich dann? Das da oben kurz deaktivieren. Das Problem ist, wenn ich den hier wegnehme, ist natürlich auch der Laser weg. Weil... Ja, das ist das Problem. Stark. Das meine ich auch. Aber... Wir haben jetzt... Unlimited... Ähm... Blaue Strahlen hier. Bringt uns rein gar nichts wegen den Barrieren. Können wir nicht den Würfel da reinschmeißen? Oh shit. Der Würfel wird da auch zerstört. Der Würfel wird da auch zerstört durch die roten Laser. Ähm... Dann lass uns doch mal eins machen. Warte. Ja. Fuck shit. Scheiße. Jetzt hab ich Kacke gebaut. Kannst du alleine... Kommst du alleine hoch, ne? Nein. Ich weiß was. Was denn? Was weißt du denn jetzt schon wieder, was ich nicht weiß? Wenn wir jetzt sehen, ob das funktioniert. Achso. Doch, ich bin oben. Oh ja. Oh. Oh. Um... Was denn? Was denn? Nimm mir den Würfel entgegen. Nimm mir den Würfel entgegen. Ja, hab ich ja schon versucht. Kann nicht durch die Portale durchnehmen. Geht nicht. Doch. Hahahaha. 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 Wuhuuu. Also den lege ich schon mal hier drauf. So, jetzt musst du mich nur noch zurück holen. Ne, ich muss einfach nur rüber laufen. Hahahaha. Ja. 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 Zack. Warte. Zack. Dann fällt das Ding runter. Nicees Ding. Jo. Die Barrieren sind weg. Alle? Nein, die beiden. Ja, sehr geil. Ja, ist doch geil. Ja. Das heißt, die sind... Oh, die Barrieren unten auch. Weißt du was? Was? Oh, wir haben zwei Cubes. Für die Mütze. Was macht das jetzt? Ne. Ne, wir haben... Erstmal haben wir... einen Teleporter. Also hier so. Ja. So. Jetzt müssen wir uns hier rum kommen. Wenn wir nach Belieben aussitzen können. Genau. Ja, wir haben noch zwei. Damit diese eine Ecke da rauskommt. Aua. Da kann ich ja nichts zu. So, das Ding haben wir jetzt offen. Warte mal. Ja. Nimm mal den... Ne, da kann ich... Oh, warte mal. Nein, vergiss es. Warte mal. Habe ich mir auch schon so gedacht. Aber du kriegst doch da keinen Cube rein. Oh. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das Ding kommt man auch nicht dran. Okay. Ähm, ja. Ja. Jetzt hast du den Cube... Alter. Der war geil. Ich mach's mal mit dir. Äh. Ich mach's mal mit dir. Nein, wir müssen erst mal den Cube ausrichten. Weg da, runter da. Oh, ja. Ich bin da rüberfahren. Aua. Wir haben ja die Barriere noch gar nicht öffnen. Ja. Ich will nur mal gucken erst mal. Ja. Aber ich kann hier rüber. Könnte ich. Okay. Aber wir müssen die runterfahren. Das bedeutet, wir brauchen hier hinten einen Cube. Den da. Wie bekommt man den? Mit dem... Äh? Was passiert, wenn man auf diesen Knopf hier hinten drückt? Dann kriegst du die Würfel. Ah, nee. Kann man nicht noch mal drücken. Ja. Dadurch kriegst du diesen Würfel. Wie aktiviert man denn... Die macht man mit dem Würfel hier. Mit dem da. Ja, ich sehe es gerade. Wie kriegen wir den runter? Man muss... Zack, zack, zack. Den hier hinten aktivieren. Alter, wie sollen wir denn den hier hinten aktivieren? Den hier. Ja, ich weiß. Aber wie? Keine Ahnung. Wir brauchen diese weiße Wand. Diese weiße Wand bekommen wir auch nur, wenn wir hier hinten das Ding aktivieren. Richtig. Wie kommen wir da hin? Gar nicht. Wie kommen wir hier rüber? Hier passiert ja nichts, wenn man erst mal hier kippt. Äh... Was denn? Schade. Ich dachte, da wäre so eine weiße Wand zum draufklatschen, dass man das... Lass uns mal Cube... Kombination testen. Ob irgendwas passiert. Ne, man braucht alle vier. Weißer. Okay. Also das ist es definitiv nicht. Okay. Von einem Rätsel zum nächsten. Also das wir da rüberfahren müssen, sollte klar sein. Ja. Trifft man nicht. Okay. Ja, trifft man sowieso nicht. Können wir das hier irgendwie so hier hinwerfen, dass da mal irgendwie drankommt? Dann müssen wir wahrscheinlich noch den dritten nutzen. Na ja, das ist ja nicht das Problem. Aber da kommen wir trotzdem nicht hier hinten rein. Warte mal. Ne, kommst du nicht hin. Da fehlt nur noch ein bisschen... Oh shit. Vergessen, dass dieses Sprungding da ist. Ja, das geht nicht ganz. Aber wofür ist immer noch das hier? Ja. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht einfach nur irreführen. Oder das hier ist nur eine gewisse Zeit aktiv. Weißt du, was ich meine? Ja, dass man schnell darüber schießen. Dass man so schnell wie möglich da rein muss. Ja. Aua. Also schräg geht's auf jeden Fall. Kann man... Kann man machen. Ja, ja. Genau, stell den mal ein bisschen steiler. So, dass er gerade noch um die Ecke kommt. Ist der verknüpft? Ne, ne? Ne, ich glaub nicht. Ne. Fehlt was. Also, dass du das sehen kannst... Ne, das geht gar nicht. Also, du kannst den Punkt gar nicht sehen. Hm. Kannst vergessen, da wird nichts draus. Du strahlst nur in die Ecke rein. Ja. Hm. Was könnte das sein? Bin mir auch fast sicher, dass das nicht richtig ist. Was? Das, dass man den Strahl hier so schräg dran stellen muss. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Oh. Kommst du ja trotzdem nicht dran. Kann man drei Cubes dafür benutzen, dass man nochmal zwei einschiffen kann. Hmm. Hm. Hm. 배 kanske. Hm. Was ist das für eine Community-Challenge hier, das ist ja mal Wahnsinn. Ist heftig. Die ist richtig heftig, finde ich. Ja, aber ihr macht schon Laune. Ja, ist jetzt nicht die Sache. Damit kannst du rein gar nichts machen jetzt, ne? Ne. Wie kriegen wir etwas hier rüber? Ich verstehe es noch nicht. Hätte gesagt, man stellt sich in den Strahl rein und versucht hier oben ein Portal hinzukriegen, aber geht ja auch nicht. Kommst ja nicht dran. Ne. Und ich verstehe dieses Catapult-Ding noch nicht so ganz. Vor allem sind hier so viele Knöpfe, vier Stücke an der Zahl. Ja. Das ist richtig komisch, ja. Und beim Oberen kommt lediglich, also jeweils wird eine Barriere weggemacht und beim Oberen kommt der Cube aus. Ja. Dafür brauchen wir das Ding und diese Wand. ganz genau. Diese Wand kriegen wir hier durch. Auch. Wie kommen wir, also es muss eine ganz einfache Lösung geben, da dran zu kommen. Nein, also eins dürfte schon mal klar sein. Wir brauchen als allererstes den Cube, damit wir hier einen Laserstrahl hier an diese Wand setzen können. Ja. Also brauchen wir als erstes den Cube, also müssen wir hier oben irgendwo dran kommen. Da oben kommst du eigentlich nur dran, indem du erstmal das Ding hier runterfallen lässt, weil du sonst die Barrieren nicht frei hast. Richtig? Ja. Aber um das Ding hier runterfahren zu können, brauchst du hier hinten zwei Cubes. Oder? Äh, warte mal. Du musst ja um die Ecke cuben. Janik? Ja? Wie ist das, wenn... Nee, schade, das geht nicht. Wir müssen irgendwie schaffen, ein Portal zu setzen. Von hier aus. Aber ich komm nirgendwo dran. Von hier aus? Wie willst du denn von hier aus ein Portal setzen? Auf irgendeine Wand. Und? Ja, aber du reißt ja keine, außer die beiden hier oben. Ja. Und du fliegst ja auch nicht hoch genug, damit du hier drüber schießen kannst und eine Wand setzen kannst, weißt du? Ja. Alter, die Map ist heftig. Du siehst von da aus nix, ne? Warte, ich will nochmal gucken. Aber nee, die Dinger sind doch zu hoch, dass ich da von da aus auch sehen könnte. Ja, ich kann hier unten hierdurch gar nix sehen. Aua! Scheiße, sorry. Ähm, versuch mal den Laser hier drauf zu lenken. Schade. Eigentlich wollte ich scheiße sagen. Schade. Eigentlich wollte ich scheiße sagen. Was da ist, was ich wollte. Aber du musst in die Ecke reinkommen. AfD, ganz schön. Boah! Waah! kommt er nicht durch so eine scheiße irgendwer der sich irgendwann mal diese map anguckt wird sich denken boah seid ihr bescheuert das ist doch voll einfach weil sie schon erst gefunden haben ich finde es nicht ich auch echt zu dumm warte mal guck mal bitte hier auf die obere rote barriere ja ja was passiert nein weiß so komm ich hier wieder raus alter einfach überspringen wenn man da oben drauf drückt passierte ja auch nichts dagegen nur das hier auf und die barriere definitiv nicht ne soweit ich gesehen habe nicht versuch's nochmal alter heftig ne ja setzen wir dann würde aber muss erst mal suchen da ok was sie dachte ich mir schon so 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 Simple as hell. So, leg das mal da drauf. Ich mach die Portale hier. Zack. Ähm, nee, nee. Schieß dein Portal da drauf. Durch den Schlitz. Ey. So. Ähm, schieß mal dein Laser. Kannst du den hier dran schießen? Jo. Da musst du da draufstehen. Ist egal. Nimm die Cube und... Ja, da muss ich draufstehen. Alles klar. Ich dachte, die Laser gehen dann auch kaputt, Alter. Es ist ja easy, nachdem man das rausgefunden hat, ey. So, warte. So. Keiner von uns darf sich bewegen, bis das Ding drüben ist. So. Jetzt. Ist drüben. Schick mir den Laser. Okay. So, dumm, Alter. So richtig dämlich. Oh, shit. Okay, ich mach das mal, ne? Mach du das mal. Scheiße. Muss ja richtig schnell sein, ey. Kommst du nicht durch. Kannst du nicht durchschießen. Ah, fuck. Nein. Alter, ist das übel. Alter. Alter. Das war fast. Fast. Oh, wie geil, Alter. Guck mir das hier durch das Loch durch an. Was ist das? Oh, jeנה. Woah. God, ey. Oh oh Das ist nicht der letzte Knopf Was denn? Hier geht es noch weiter Jetzt bin ich beim letzten Knopf Jo, ich hab das Ding Uiuiuiui Einmal drehen bitte Jawohl Alles offen Jetzt können wir alle Knöpfe holen Alle Dinger anzuholen Würfel holen Alter war das easy Eigentlich war das echt Mega cheesy Und wir haben uns einfach Richtig dumm eingestellt Ich hab das auch vergessen Dass die Mechanics da funktioniert Deswegen Ich so, hä Das kann nicht anders funktionieren Das muss durch das Rote gehen Und jetzt geht es hier oben weiter Dann raste ich aus Ne Wir sind fertig Alter Ja Meine Freunde Man kann sich immer richtig dumm anstellen Eieieieieieiei Ja Wir bewerten auf jeden Fall Mit dem Daumen nach oben Oh ja Und ich wünsche euch Ähm Ja Alles Gute Bis zur nächsten Folge Und ja Spielt das auf keinen Fall Wenn ihr keine Ahnung habt Was ihr tut Sonst geht ihr unter Das stimmt Bis dahin Tschüss Arrivederci